Untertrifft TV-Star Sabine Christiansen für ein Fotoshooting in Paris. Deutschlands Enkor-Frau Nummer 1 nimmt sich Zeit und zeigt uns ihre Lieblingsorte in ihrer Heimatstadt. Tobias Lobe interviewte sie zum Start ihres NTV-Talks am 22. April und Fotograf Paul Schirnhofer dokumentiert das Leben des deutschen Fernsehstars an der Seine. Aufbruch zum Flagship-Store von Chanel in der Rue Combo, wo Frau Christiansen die neue Kollektion von Karl Lagerfeld bewundert. Und wie würde sie denn ihren ganz persönlichen Stil definieren? Ich würde sagen sportlich und dann je nachdem, wenn es um den Beruf geht, eher so in Richtung Bossanzug, das klassische Geschäftsmodell. Was sich aber auch immer gut mit Jeans mischen lässt. Ich trage sehr gerne Jeans und ansonsten eher so ein bisschen sportlich, sehr leicht, also nicht zu elegant, nicht zu damenhaft. Brauche ich in meinem Alter nicht mehr. Ich freue mich, aber das ist doch ein bisschen hier. Das sind ja immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017